... aus München mit 2-1 gewonnen. Spätes Tor hat ihn da den Sieg gebracht. Und jetzt könnt es ein frühes werden gegen uns. Und jetzt gar nicht mehr da sind, weil die nicht fit genug waren. Da geht es in die andere Richtung. Die haben immer mal einen langen Ball drin, der uns zu schaffen macht. Ja, Memo, Memo. Pedrinho, die Seite gewechselt. Terodde und Chau in den Mannschaftsrat. Malik Chau als der... ... teilweise in den Hotels immer dieselben Zimmer belegen. Memo, Memo, links, rechts, pass auf, pass auf. Und nicht auf dem Platz, machen vielleicht nur eine halbe Stunde. Am Schluss, jetzt wird es gefährlich. Abseits, das muss abseits. Vielleicht ja eine Alternative, die Flo einiges an. Wer spielt. Es ist ein Tempo rausgenommen. Es guckt auf die Abstände in der Rückwärtsbewegung. Er hat den Spezialisten gar nicht nötig. Kaminski, da hätte ich schon eher gefiffen. Die Australianern, 30 Jahre, und davon 10 in Donetsk. Das ging ganz gut los im ersten Namen, den ich noch nie gehört hatte persönlich, aber das mag ja auch nichts heißen, unter Umständen Rakow, Czes, Tochova. Knapp und Terodde, fast ein gutes Zusammenspiel, wenn es noch ein klein bisschen präzis ist. Pedrinho, Linksfuß von rechts kommt, weiter geht's mit Schalke gegen Schachtja, die Knappen. Und jetzt könnte es passiert sein, nein, klasse, sieben Tage später, auch nicht schlecht, die Szene hier, mal schauen, wie schnell die sich zurechtfinden, die Neuen, später viel zu früh rüber, schade, hätte eine. Knapp und Terodde, Knapp und Terodde, Knapp und Terodde, Knapp,